Hey Leute, heute möchte ich euch den zweiten Gast vorstellen für unsere Dienstags-Live-Skat-Runde. Gestern habe ich euch ja Josefine vorgestellt und heute den zweiten. Und ihr habt es euch vielleicht gedacht, er kommt auch aus der Schach-Ecke. Und es ist auch jemand, den ihr im Prinzip empfohlen habt. Denn wer bei mir schaut, der schaut auch Gunnis Schesseleis. Herzlich willkommen, Gunni. Ja, hallo Daniel, danke für die Einladung, freu mich. Ja, das war für mich wirklich ein Erlebnis, eine Erkenntnis in den YouTube Analytics, welche Schach-Kanäle meine Zuschauer schauen. Es waren nicht die, die ich erwartet hatte. Und darüber bin ich erst auf dich gekommen. Ja, ich kenne deinen Kanal vielleicht jetzt erst so seit zehn Wochen. Aber es hat mich schwer begeistert. Das hört man gerne. Was hat dich begeistert? Ja, die Begeisterung, mit der du dieses Schach irgendwie wirklich lebst und liebst. Und dieser Tee-Moment. Ich habe schon fast angefangen, hier selber meinen Tee hier unten hinzustellen. Um auch bei mir einfach mal beim Skat einen kleinen Tee-Moment haben zu können. Wo man einfach mal kurz schaut, aufs Brett schaut oder in die Kartenhand schaut und guckt, was ist da eigentlich los. Und dann auch diese Momente, wie du diese Dynamik am Brett quasi in Worte kleidest. Das ist irgendwie, finde ich, irgendwie ein ganz eigener Stil. Und das macht richtig Laune. Das hört man gerne. Dankeschön. Ja, und dann bei Josefine, ehrlich gesagt, hat es mich ein bisschen mehr überrascht, dass sie gleich sagte, ja, Skat kann sie auch. Du bist ja ein etwas älteres Semester. Da erwartet man fast, dass die Klassiker auch irgendwie drin sitzen. Aber was hast du denn eigentlich zuerst gelernt? Schach oder Skat? Das ist eine gute Frage. Mit Sicherheit Schach. Ja, also der Klassiker, mein Vater hat es mir beigebracht mit 6, 7, weiß ich nicht mehr genau. Irgendwann konnte er nicht mehr gegen mich gewinnen, hat mich in den Verein geschleift, wie das eben so ist. Und Skat, das ist eine gute Frage, kann ich mich nicht mehr erinnern. Aber dazugekommen bin ich über Schafkopfen. Weil ich, ne, in Bayern spielt man ja Schafkopf, ne, und das hat, wie soll ich sagen, das ist nicht ähnlich wie Skat, aber es hat eine gewisse Verwandtschaft irgendwo auch. Und deswegen habe ich irgendwann Skat gelernt. Irgendwann kann ich mich nicht mehr erinnern, genau. Weiß ich nicht mehr. Also das kam dann so, also du hast bayerische Wurzeln erstmal, so viel kann man dann, haben wir dazu schon mal gelernt. Und, ähm, aber die Liebe zum Schach ist einfach etwas früher in die Wiege gelegt und einfach größer geworden oder größer gewesen und geblieben, richtig? Genau. Es hat immer die Frage, ne, ob man dann das als Hobby behält oder nicht, ja. Je nachdem, wie, wie, wie das Leben läuft, ne. Ich habe ja auch fast 20 Jahre keinen Schach mehr gespielt. Ich habe ja, äh, Job und so weiter und war im Ausland und so, äh, gearbeitet und dann, äh, dann war das einfach nicht mehr drin, ja. Äh, äh, aber irgendwann hat man wieder zurückgefunden zur alten Liebe, ja. Und da habe ich mir gedacht, naja, ne, jetzt, äh, spielen kannst du nicht mehr so gut wie früher, dann redest du halt drüber. Ja, und da habe ich mir gedacht, na gut, dann kann man das auch mal, äh, der Öffentlichkeit mitteilen, ne, via YouTube, ne, via YouTube, muss ich sagen. Ja, aber es ist ja auch ein Werdegang, ähm, da könnten wir jetzt wahrscheinlich schon, äh, hast du mich schon neugierig gemacht, ich weiß nicht, ob es hier alles jetzt reinpasst, aber ein Werdegang, ähm, gelernt, dann beruflich raus und hättest du je gedacht, dass du mal, äh, YouTuber wirst? Ne. Es gab sogar mal eine Zeit, da habe ich YouTube, äh, Gucker nicht verstanden. Äh, äh, inzwischen, äh, kann ich mir das ohne gar nicht vorstellen, ja. Ja, ist ja auch eine super Plattform, ja, also, äh, gerade auch für Content Creator, für Leute wie uns, ja, für dich ja auch, Daniel, ist es ja die perfekte Plattform, ne, also. Ja, man, äh, die Welt hat sich ja technologisch in den letzten 20 Jahren so rasant fortbewegt, vielleicht auch schon 40, 50 Jahren oder 100, aber auf jeden Fall, was wir an Technologiesprüngen jetzt mitbekommen, äh, und was da plötzlich möglich ist, und was da dann auch entsteht, ne, im Guten wie im, im, im Magen, sage ich mal, das ist schon, ähm, da muss man schon kerngesund sein, ne, ähnlich wie beim Schach und ähnlich wie beim Skat, ne? Ja, genau. Aber ich glaube, wenn man, wenn man so eine Basis hat, äh, so eine große Liebe, äh, dann ist man auch irgendwie ein bisschen besser gewappnet, diese Widrigkeiten der, der Welt irgendwie an sich abperlen zu lassen oder über sich ergehen zu lassen, ne? Ja, genau. Oder abtreiben zu lassen, genau. Ja. Ich habe nochmal ein bisschen recherchiert, ähm, du hast ja beim Turnier auch schon mal gegen einen Großmeister spielen dürfen, obwohl du selber wahrscheinlich passabel warst, na, sag doch einfach mal deine, deine beste Elo-Zahl damals und wie es dazu kam. Ja, ja, das, äh, was du ansprichst, ich meine, ich habe früher viel gespielt in den 90er Jahren, vor allen Dingen extrem viel Turniere, äh, und, äh, da war ich auch ganz passabel, glaube ich. Also Elo 2, 1, 75, 2, ich wollte irgendwie sowas, ja. Äh, ich glaube, ich stehe immer noch in der viele Liste mit einer 2, 1 drin, aber, ähm, die ist mir auch nicht so wichtig, diese Zahl, ja. Äh, äh, weil früher war da, war man da sehr ehrgeizig, sehr zahlengetrieben und hat gesagt, ja, ich will dies erreichen und jenes erreichen. Ähm, heute ist mir das eher wichtiger zu erklären, ja, und, äh, Leuten auch, äh, die Komplexität ein bisschen näher zu bringen. Ich habe mich schon immer für Spitzenschach interessiert, ja, ähm, weil mich, weil mich einfach fasziniert, was die Jungs da und die Mädels aufs Brett zaubern, ja, äh, und, äh, und, und das zu vermitteln macht halt Spaß, ja. Ist vielleicht nicht unbedingt für Anfänger gedacht, okay, aber für einen interessierten Schachspieler denke ich schon. Also, ich bin Anfänger eigentlich, aber, ähm, diese Analysen zu schauen und, ähm, den Spitzenschach erklärt zu bekommen, also, das ist für mich sehr bereichernd. Und ich mag manchmal mir gar nicht vorstellen, wie viele, äh, Welten, quasi, wie viele Verteilungsbäume und, und, und in welche Tiefe die Profis da rechnen müssen. Um diese Sachen, die du dann immer so sagst, naja, das darf er nicht, weil dann passiert, üpp, bupp, bupp, und den kann er nicht nehmen, weil dann passiert, üpp, bupp, bupp, bupp. Ne, ne, und, ähm, die sehen das ja alles, das ist ja, also, das so erklärt zu bekommen, ähm, verschafft, finde ich, einen ganz anderen Zugang zu dem Spiel, als wenn man in der Zeitung liest, ja, sowieso ist jetzt, äh, wieder Schachweltmeister geworden, ne. Ja, sagst du, ne, manche sehen das, mögen das vielleicht auch als irgendwie langweilig empfinden, ähm, was labert der da über Analysen rum, aber ich denke, es macht halt Spaß, ja, man, 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 der Spiel ist so komplex, bis zum heutigen Tag, äh, dass, 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 dass immer dir was Neues entdeckt und das ist faszinierend, ne. Ja. Dann, äh, erzähl doch noch einmal kurz die Geschichte, wie, wie, wie kamst du ans Brett zu einem Großmeister? Und ich meine, 2100 Elo, ob man das jetzt nun, ne, äh, heute noch so beeindruckend findet oder nicht, ich glaube, es zeigt ja auf jeden Fall, dass du dich mal sehr, sehr tief mit dem Spiel beschäftigt hast, das, äh, ist ja schon mal klar und dass du da, ähm, mal richtig professionell unterwegs warst, aber dennoch ein Groß, Großmeister ist man ab 2600, oder was? Ab 2500 Elo und drei Normen, drei Großmeisternormen. Ja, du musst, äh, 2600er Performance spielen auf Turnieren und dann, äh, eine Norm, die er spielt, das dreimal und dann muss deine Elozahl über 25 liegen für den Großmeistertitel. Ist super schwer, deswegen gibt's auch nicht so viele, ja. Ähm, ja, ähm, ja, und, und ich hab schon gegen viele Großmeister und internationale Meister gespielt früher, aber die eine Sache, die du ansprichst, ja, die war ein Highlight, das stimmt, äh, in Berlin war das auf dem Turnier Runde 1, äh, Daniel, da hängen dann immer die Turnierlisten aus, ne, wie so an so einem schwarzen Brett und ich hab, ich war da mit einem Kumpel und ich hab mich gar nicht gefunden. Man guckt halt vor Runde 1 irgendwo die Listen durch, waren ja irgendwie 600 Teilnehmer oder so und, äh, und dann sagte mein Kumpel, du solltest mal ganz oben links gucken. Also quasi Brett 1, äh, weil das Feld wird geteilt, ne, vor der ersten Runde und dann spielt der Stärkste von der oberen Hälfte gegen den Stärksten der unteren Hälfte und, äh, zufälligerweise war ich eben in der unteren Hälfte ganz oben und deswegen wurde ich gegen den Turnierfavoriten gematcht. Und, äh, und, äh, da das Runde 1 war, äh, äh, war dann auch irgendwie der Berliner Bürgermeister da am Anfang für den symbolischen ersten Zug und so, ja, und Presse und hin und her und ich saß halt da wie ein Häufchen Elend und hab der gegen so einen 2-6-40er oder was der hatte gespielt, ne, und nicht verloren. Das ist doch, ich mein, da hat man doch dann was fürs Leben, ne, ein schönes Elend. Das war, ja, ich hab die, musst dir mal vorstellen, das war 1900, irgendwo Ende der 90er hab ich noch, die Partie hab ich im Kopf, ja, die könnte ich dir immer noch, äh, ich weiß ich auch nicht, ich vergesse ich mir die. Man findet sie ja auch, man findet sie ja auch auf deinem Kanal, ich werd das hier am Ende einmal verlinken, könnt ihr euch direkt mal mit, äh, Gunny bekannt machen, denn am, äh, Dienstag, wie gesagt, kommt Gunny zu Gast und wird mal zeigen, was er im Skat-Repetion, der Tor hat, ne, ähm, ich freu mich auf jeden Fall schon drauf. Ja, das wird, wahrscheinlich wird es übel ausgehen, ne? Was heißt denn übel ausgehen? Also, das Wichtigste ist doch, dass wir Spaß haben und dass wir mal, ähm, gucken, also ich find's auch toll, dass wir so, äh, ja, wie es beim Skat immer so ist, so, die verschiedenen Altersgruppen, alle haben da ihre Freude dran und in so einer illustren Runde, sag ich mal, ähm, hab ich ja noch nicht gespielt, also die, die Schachprofis, die haben ja meinen, meinen großen Respekt und ich kann ja nur sagen, äh, zum Glück habt ihr jetzt wahrscheinlich, seid ihr ganz schön aus der Übung, ne? Und, ähm, ansonsten, ähm, müssen wir uns sicher warm anziehen, beziehungsweise ich sehe auch das große Skat-Potenzial, ich sehe es überall um mich rum und bei, ähm, so analytisch geübten, ähm, Menschen, ähm, sehe ich das natürlich umso mehr. Ja, aber wir werden sehen, ne, ein bisschen Kartenglück, äh, brauchen wir auch, ne, das, äh, wirst du als Profi aber bestätigen können, ja, ich mein. Ja, das ist natürlich das Schöne beim Skat, anders als beim Schach steht da noch nicht sehr sicher vorher fest, was passiert, ne, selbst wenn, wenn es jetzt hier einen Klassenunterschied, äh, gibt, auf, aufgrund, sagen wir mal, meines Werdegangs in der Erfahrung, aber das heißt ja noch gar nichts und, ne, das ist eure Chance, mir, ne, ans Bein zu pinkeln, da freue ich mich doch drauf und, aber auf jeden Fall, ähm, wollte ich dann auch meinen Zuschauern, äh, zeigen und sagen, herzlichen Dank, dass ihr mir den, äh, Gunni auch präsentiert vorgestellt habt und das ist die 15k-Abo-Spezialfeier, dass ich mal eure beiden, äh, Lieblingskanäle hier mit an Bord hole. Und, ähm, dann werden wir einfach am Dienstag ein bisschen zusammen Spaß haben. Ich freue mich drauf und, äh, danke schön nochmal, äh, an alle, die auch mal bei mir vorbeischauen, aber natürlich, jetzt geht's so primär um den Daniel, um Skat und, äh, denke auch, dass wir dann Spaß haben. Das machen wir. Bis am Dienstag. Bis denn. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020